Ich denke, wir haben heute erleben können, wie es ungefähr in Brasilien sein wird von den Bedingungen her. Und da ziehe ich jetzt schon den Hut vor, vor der Lauf- und Willensstärke, die da in den Tag gelegt werden muss. Und klar, WM schaut man immer. Ich bin mal gespannt. Mit Marco Reus fällt, glaube ich, einer der wichtigsten jetzt für Deutschland noch aus. Aber ich denke, dass die Südamerikaner und alle so Südeuropäer da große Chancen auf den Titel haben werden. Aber du wirst dir das ansehen? Auf jeden Fall. Jedes Spiel wahrscheinlich. Trikot habe ich schon zu Hause bereit liegen. Von der weite jedes Spiel wird geguckt. Mal sehen, mit wem. Ich bin, glaube ich, froh, wenn ich jetzt erst mal nichts vom Fußball hören muss. Ich werde sicherlich auch die ein oder anderen Spiele sehen. Aber erst mal völlig Cut und Pause.